Moin moin, was geht? Willkommen zu einer neuen EP-Map bei Fortnite. Die zweite heute. Wir geben wie immer den Inselcode ein. 6986 07 161281. Dann starten wir das Ganze wieder als privates Match. Ihr kennt das. Ich skippe jetzt einfach mal die Wartezeit. Wenn ihr dann hier auf der Map seid, einfach nach geradeaus. Die andere Seite. Dann in die linke Ecke bei der Treppe. Einmal ein Emote machen. Zwischen nach vorne und hinten. Und schon seid ihr hier. Dann skippen wir die Zeit hier wieder. So, und dann geben wir den Code ein. Dann haben wir die 8. Dann haben wir die 2. Und dann haben wir die 3. So, einmal bestätigen. Die AFKXP nicht vergessen. Und dann einmal hier bloß links neben der Plattform wieder ein Emote machen. Und dann nach hinten links in die Ecke. Da sollte der Button dann schon... Genau, da ist er. So, wenn wir hier sind und ihr auf die Bots nicht schießen könnt, müsst ihr die Sniper einmal droppen und wieder neu aufnehmen. Dann sollte es funktionieren. So ein kleiner Bug. So, Bot Nr. 1, Bot Nr. 2 und die EP kommt rein. Je nachdem, wie hoch euer Level schon ist, wie viel EP ihr heute schon gemacht habt mit solchen Maps. Dementsprechend bekommt ihr mehr oder weniger. Bei mir ist es leider nicht so viel. Das ist die 3. Map heute. Aber naja, bei euch sollte es ein bisschen mehr sein. So, dann sammeln wir hier den ersten Punkt ein. In der Kiste. Ihr könnt natürlich auch erstmal warten, bis die EP von den Bots, die ihr gekillt habt, voll drauf sind. Soll wohl besser sein. Weiß ich nicht. So, werden wir den Punkt haben. Dann hinten bei der Kiste den nächsten. Hier nochmal hier. Eigentlich dachte ich, hier wäre auch ein Punkt. Aber scheint nicht so. Dann zu dieser Kiste hier. Die Map ist auch wirklich super easy. Zwei Bots, drei, vier Kisten und das war's. So, hier haben wir den Punkt und jetzt hier bei der Kiste sollte schon der Punkt für die nächste Map sein. Genau, da ist er. So, dann einmal von links nach rechts wieder alles einsammeln. Ihr kennt das. So, und hier könnt ihr jetzt einfach noch eine Weile rumhüpfen, bis eure Level erreicht sind oder eure maximalen EP, je nachdem worauf ihr Bock habt. Ansonsten, ja. Alles kurz und knackig. Entspannter Map. Easy Level. Danke fürs zu gucken. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten bis morgen. Bis zum nächsten EP Map. Ciao, ciao.